Hey Freunde, was geht? Und willkommen zu dem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir wieder eine neue Folge von Fortnite-Mörder hier bei TheBlog2019. Wenn ihr das Video seht, ist wahrscheinlich gerade schon Season 8. Deswegen, Leute, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr von der Season haltet. Einfach mal so Hashtag geil oder Hashtag nicht geil oder sowas. Keine Ahnung. Ansonsten, Leute, haben wir heute wieder den lieben Schmückele dabei. Schönen guten Abend, Mittag, Morgen. Warum sammelt du so Items auch? Was auch immer. Gut, dann ist noch Ode, mein Pieck. Ich weiß nicht, was für ein Mord ich machen soll. Ja, und TheCake. Ja. Kann man den irgendwie rausschmeißen oder? Danke. Schmocki ist ein Mörder. Auf jeden Fall, Leute, ihr könnt schon sehen, wir machen jetzt Mörder hier auf dieser geilen TheBlogMap, Alter. Und, Leute, wir haben noch ein kleines Feature hier, denn wir sind hier mit einem kleinen Bug draufgekommen. Und deswegen können wir hier durch ein paar Wände sogar durchgehen. Das finde ich halt mega geil, Leute. Und dann kann man halt ein paar geile Plays machen. Und ich würde mal sagen, wir kommen jetzt zum Zufallsprinzip und suchen mal aus, wer der Mörder ist. Also, Jungs, seid ihr bereit? Let's go. Dann, let's go. Dann würde ich sagen, geht's los in 3, 2, 1. Auf geht's, Leute. Und die Mörderwaffe ist halt eben die blaue Pumpgun. So, mal gucken, ob die irgendwer kriegt. Die ist schon weg. Die ist 100% weg, ne? 100%. Ja, so, Leute. Jeder Unschuldige hat übrigens auch noch eine Pistole. Und der Schlüssel ist halt eben ein Grappling Gun. Sprich, wenn wir irgendwo so ein lilanes Ding finden, dann wissen wir eben, dass es der Schlüssel ist. Von daher würde ich sagen, Jungs, let's go. Also, keiner darf mehr fliegen. Das dürften wir nur, um reinzukommen. Ab jetzt geht's richtig los, alle. Boah, die Map ist auch geil dafür, Digga. Ja, die Map ist richtig nice, Digga. Vor allem, ich feiere das halt so hart mit diesen Wänden, ne? Das ist so nice, Alter. Oh, oh, Kittmir hat gesagt, er feiert die Wände. Ähm, er ist es. Kittmir hat gesagt, 100%. Danke. Okay, bis jetzt ist alles ziemlich still. Vielleicht können wir ja irgendwen hier beobachten. Gucken, ob wir vielleicht irgendwen sehen, der den Schlüssel versteckt, ganz heimlich. Jungs, ich habe ja einen Opa-Driftbird. Wie, sag mal, wo bist du? Ja, hier, ich kann nur wie eine Schnecke voranfahren. Oh, Leute, das ist Max Biet. Alter, was geht? Alter, was geht? Boah, bist du voll verpackt? Ja, wie? Alter, was geht ab? Alter, ist ja voll schnell. Hä, du bist komplett verpackt? Hä, wir, der kommt gar nicht drauf, klar. Aber gut, Jungs, die Zeit ist jetzt auch schon vorbei. Sprich, der Mörder sollte den Schlüssel jetzt irgendwo versteckt haben und wir können mal anfangen, den zu suchen. Ich hoffe, dass wir auch Mörder haben, weil das wäre jetzt mega peinlich, wenn einfach keiner irgendwie Mörder geworden ist und der Schlüssel da noch irgendwie da rumliegt. Achmed, wo bist du denn? Ich bin beim Kaffee. Du bist beim Kaffee? Wollen wir Kaffee trinken gehen? Äh, ja komm. Ja, let's go, Bruder. Lass Kaffee trinken gehen, aber, äh, warum, warte, warum hast du nur eine Spitzhacke? Wie? Warum hast du nur eine Spitzhacke draußen? Weil die Spitzhacke schön aussieht. Aber normalerweise würde man auch immer die Pistole draußen haben, damit falls der Mörder schießt oder so. Das ist der D-King-Fehler, Digga. Das macht D-King immer. Bruder. Willst du mir jetzt einen Headshot geben, oder was? Ja, dann zeig mal deine Pistole. Ja. Okay. Okay. Ja, gut. Ja, wo sind denn alle? D-King, Odoman? Ich bin hier in der Mitte. Odoman? Odoman hat schon lange nichts mehr gesagt, Digga. Hä? Odoman hat schon sehr lange nichts mehr gesagt. Hä? Odoman? Nicht, dass Odoman auf einmal tot ist. Digga. D-King? Langsam, glaube ich, verstehe ich, was hier los ist, Alter. Wieso? Was ist los? Ich glaube, Odoman will uns irgendwie verarschen, Digga. Es kann nicht sein, dass er noch lebt, ne? Junge. Sieh mit der Waffe vor mir. Es ist nicht passiert. Es kamen keine Schüsse, gar nichts. Und Odoman ist plötzlich tot? Hä? Es ist richtig komisch, Digga. Digga, kann gar nicht sein. Ich glaube, Odoman versteckt sich gerade in der ersten Wörter. Ich glaube es auch. Ich würde sagen, Leute, wir suchen erst mal nach der Grappling Gun. Ja, ist eine gute Idee. Okay, irgendwer schießt. Hallo? Schmocky? D-King? Digga, hört doch auf, Junge. Odoman, du kleiner Wichser. Oder jetzt ist D-King? Oder Schmocky? Ich blicke gerade gar nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich weiß nur, dass wenn ich irgendwen sehe, dann werde ich direkt auf ihn schießen. Hallo? Jungs? Hört mal auf. NOO! Was? Alter, Achme trifft mich einfach immer. Das ist so krass. Alter, Schmocky, du warst das? Ja, Mann, ich war der Mörder, Digga. Ich wusste, dass du es nicht checkst. What the fuck? Und ich war gerade noch mit jedem Kaffee Kaffee trinken, Alter. Ey, Junge. Zeig mal, wo hast du die Grappling Gun versteckt? In der Disco oben in der Toilette. Lava. Da, wo du mich getötet hast? Ja, da habe ich dich getötet. Weil es war perfekt, Digga. Da warst du so allein und du hast gerade nichts irgendwie gesagt. Dann habe ich dich ganz schnell gehackt, Digga. Also nicht da, wo... Mocky, Digga. Hier. Zeig mal, oh mein Gott, Digga. Aber gut, Leute, Schmocky war jetzt in der ersten Rolle der Mörder. Ich würde sagen, wir machen direkt mal nochmal eine zweite. So, Freunde, wir sind jetzt hier wieder beim Loot-Pod. Von daher würde ich sagen, wählen wir mal aus, wer der Mörder ist. Also alle das Köpfchen hoch. Und dann geht's los. Drei, zwei, eins. Let's go, Leute. So, und derjenige mit der blauen Pumpgun ist natürlich wieder der Mörder. Ich würde sagen, dieses Zufallsprinzip, Alter. Junge, das... Hau rein, ja, Waffe weg. Die Waffe ist weg, instant, Digga. Instant, Waffe weg, Alter. Hau rein. Okay, let's go in den Pot, den Pokal. Wir sind wieder auf der Map, das heißt, der Mörder hat jetzt wieder eine Minute Zeit, um den Schlüssel zu verstecken, Leute. Und ich würde sagen, wie passen wir mal auf, wo hier die ganzen Leute hinlaufen? Ah, ich sehe da sogar schon jemanden. Wer ist da im LKW? Ich fahr das. Aha, sehr, sehr freundlich. Udo, man hat schon eine komische Stimme. Ich habe es auch gehört, dass... Warum? Ey, wer läuft da gerade im Park? Das war nur Licht, Digga. Doch, eins zu eins, Digga. Ich habe jetzt meine Pistole in die Hand, damit nicht andere Leute denken, ich bin irgendwie... Ich wollte gerade sagen, Schmocky, Digga. Es ist ein bisschen auffällig, wenn du ohne Pistole rumläufst. Ach so. Schau, Diggi macht das auch immer, sag ich doch. Diggi ist auch ein Vollidiot. Das stimmt. Du musst aber Schlausch machen. Wo ist King Ahmed? Achmed ist auch so leise, ne? Ist das schon so aufgefallen? Ja, aber wenn er ganz, ganz leise ist, äh... Nee, Digga, wenn ich viel rede, dann bin ich Mörder. Nee, und das Ding ist, wenn der wenig redet, beobachtet der gerade jemanden. Safe. Mhm, okay, Udo hat sogar recht gehabt. Also das heißt, es stimmt, Achmed ist dann unschuldig, ne? Wenn er wenig redet. Ja, Bruder. Eben, hat der Mörder seine Waffe versteckt. Sollte er eigentlich schon gemacht haben. Wer ist das? Hallo. Hallo, Kidmeif. Hallo, mein Lieber. Hallo. Was machst du hier in dieser Schöne Ort? Was machst du hier in dieser Schöne... Und warum atmet, Schmacki, so laut in seinem Mikrofon? Äh, wieso hört man das? What the fuck? Ich bin zu 30 Meter entfernt von dem Mikrofon. Äh? Moin. Hallo. Hallo. Meif? Atmen, Jörgert. Wo bist du? Ich, äh, bin woanders. Wo? Sag ich nicht. Komm mal her. Nein, komm mal ab. Komm noch mal her. Digga, verpiss dich mal. Jetzt komm mal her. Wo bist du? Vertraust du mir? Vielleicht. Das heißt vielleicht. Ich bin da, Odomann. Wo bist du? Beim Treffpunkt. Bist nicht bei... Ah, doch bist du. Okay. Warum war ich nicht straffen? Lass die Waffe fallen. Nein. Lass die Waffe fallen. Nein. Ich hab gedacht, du vertraust mir. Ja, vertraust du mir? Wir lassen auf drei beide Waffen fallen, okay? Okay. Eins, zwei, drei. Kleiner. Basta. Ey. Kleiner. Digst du wirklich, ich vertraue dir? Bleib mal stehen. Ey, was ist... Warum schießt du auf mich? Bleib mal stehen. Warum schießt du? Digga, warum vertraust du mir nicht? Weil ich nicht jedem vertraue. Schmocky? Ja. Ich komme zu euch. Yes. Alter, grüßt ihr euch jetzt? Odomann, wo bist du von dir ganz herumgelaufen? Ja, was schießt du so? Odomann, das ist ein bisschen aggressiv, Digga. Ich wollte gerade sagen, aber wo ist D-King? Ich suche gerade den Schlüssel. Echt, suchst du den? Ja. Dann erzähl mir mal mehr. Ich suche den gerade. Und ihr? Erzähl mal weiter. Weiß nicht. Ihr habt den bestimmt schon gefunden. Warum? Wer sagt das? Ja, wenn ihr schon so fragt. Odomann? Ich hab gar nicht, wie immer gestorben ist. Ich hab das Geräusch gehört. Ganz, ganz leise hab ich's gehört. Wahrscheinlich hat man's jetzt im Video nicht gesehen, Leute. Aber, beziehungsweise gehört. Aber ich hab's ganz... Wer bist du? Hallo? Wer bist du? Das bin ich? Ich war gerade draußen, Digga. Ich war gerade draußen. Alles klar, Digga. D-King kam von... Wo kam D-King jetzt? Schmocky? Schmocky kam von links. Und das Geräusch hab ich auch von links gehört. Schmocky? Was? Wir müssen Schmocky opfern. D-King, behalt Schmocky im Auge. Ich gucke nach, ob ich hier irgendwo so eine Leiche finde. D-King kam auch von links. Ich kam von da. Er kam von da, von der Tür, von unten links. Ich sag jetzt an den Mördern, ne? Ich sag's jetzt mal so. Odeborn hatte den Schlüssel. Und wenn du jetzt... Ja. Die Leiche liegt hier. Schmocky ist es. Schmocky ist es. Schmocky. D-King? D-King, kannst du noch? Ja, Digga, ich bin's nicht. Ja, ihr könnt mich doch jetzt nicht einfach töten. Natürlich. Schmocky ist es safe. Digga, Schmocky, du kamst von rechts. Du bist der Einzige, der von der Richtung kam. Digga. D-King kam doch auch von links. Ja, und? Und links ist die Leiche nicht? Ich bin da durchs Gebäude wieder reingegangen. Pass auf, Digga, pass auf. Wer ist Schmocky? Wer ist Schmocky? Wer ist Schmocky? Das ist Schmocky, der an der Tür steht. Er war schon wieder. Ich hab so gefällt heute, Mann. Alter. Mein Gott, Alter. Aber gut, Leute, ich würd sagen, das war's noch auch schon mit diesem Video. Jetzt sind wir leider dieses Mal nicht Mörder geworden. Aber dafür ist Schmocky halt zweimal. Ja. Mocky. Schmocky. So, Hauptsache, wir haben beide Runden gewonnen, Leute. Ich würd sagen, wenn's euch gefallen hat, lasst ein Video gerne einen Daumen nach oben da. Und checkt auch gerne die Jungs ab. Links in den unten in der Videobeschreibung. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Macht's gut. Haut da rein. Peace.